Dieser kleine Strand war bis vor kurzem noch ein Badestamm. Man hat ihn deshalb gesperrt, weil hier kommen auch die Meeresschildkörte und legen die Eier ab. Und ich bin ja sowieso alle bedroht. Und da möchte man nicht die letzten Mistbrücke schalten. Also einige hatten schon das Glück, die Schildkröten zu sehen, was das ganz wunderbar anmacht. Die sind eben leider bitte froh. Die Schildkröten sind übrigens bedroht, wo es krass ist. Wenn wir Beutel so schön gemacht haben, die laufen mit Valente. Я alles untergebracht habe! Ich許 rein, um Essen untergebrachte. Ger